jo hallo und herzlich willkommen zurück liebe leute ich wurde wieder irgendwie rausgewerfen keine ahnung aus migration oder so war da jetzt auf jeden fall habe ich mir jetzt überlegt dass jetzt einfach mal eine runde infiziert spielen ich was aber so schneiden werde ja wir gucken uns einfach mal ich muss ja so oder so schneiden oder halten zwei parts aufteilen aber ich schneide es einfach mal okay es gibt hier kein infiziert scheiße kommen dann schwirme moment ich kann ein normales infiziert spielen ich bin noch ein bisschen dämlich liebe leute seht ihr das da unten acht von 504 spielern in der liste 1016 spieler online acht sind da 88 spieler komplett mit mir jetzt neun bitte bitte an alle zuschauer die das hier sehen bitte spielt mehr mb3 bitte und fakt mich nicht ab spielt normal ja ich würde sagen ich bin einfach mal abschluss bestätigt 16 spieler ich spiel jetzt auch ein grad um drei uhr oder so also ich werde halt deine nächsten runden infiziert spielen infiziert und so kommt auf jeden fall irgendwann zerstören zwei bleibt mir nichts anderes übrig denke ich denke ich okay ich bin herrschaft das sieht noch okay aus ja okay arcane ist jetzt zwar nicht meine absolute lieblings map auf jeden fall okay gibt es noch schlechtere maps oder eine schlechtere map wow wenn man direkt zu spawnen scheiße warte habe ich jetzt überhaupt kein assist bekommen man sieht schon hier spielen komplett andere spieler oh mein gott zwingen die sich auch hin dachte ich mache hier ein paar kills aber nein bekomme ich tode ganz viele tode bekomme ich hier ich kette jetzt hier einfach mal rum weil er denkt dass ich halt da bin ja keine munition ne ich hasse das ich hasse das einfach ich kann nichts mehr machen ich muss so oder so sterben außer ich habe jetzt die waffen von dem typ auf der da irgendwo gammelt aber die waffen verschwinden ja auch automatisch weiß ich was ich machen soll ich muss versuchen einen so zu killen kommt nein natürlich macht er beide scheiße A bekommen die nicht das ist halt echt so ein kackgefühl der ist hier unten lang gegangen da ist er doch kill den danke geht doch also durch manche wende kann man hier schießen aber nicht durch alle ist halt echt nervig das ist ein blitz das gute ist A könnten wir theoretisch dauerhaft erhalten weil von der treppe aus schon ich weiß ja nicht wie die gegner spielen der k ist auch so stark ja alle waffen sind stark okay oh er hat ihn gemessen hat gut das war jetzt auch wieder so lange warten da ist ja noch einer wenn die zu zweit sind ich möchte ich sie einnehmen keiner geht doch zu A A ist viel wichtiger als C und B Leute bitte ist nicht euer ernste Missgeburten wir haben einfach A verloren und sie haben wir auch nicht mehr verstehe ich nicht was soll die ich weiß nicht warum die unbedingt C haben wollen ja okay nein es kommen paar Legs hier hin ach der ist da okay ja komm positiv muss ich jetzt aber noch bleiben wir verlieren einfach alles weil jeder bei C war und da gespawnt halt ist nein der eine bleibt hier wieder auf nein ganz bestimmt ganz bestimmt nicht ganz bestimmt nicht Alpha verlieren ach Leute wir haben einfach verloren ihr seid super ihr seid alle super jungs ihr seid wirklich die besten Mitspieler die man haben kann ihr seid wirklich gut macht richtig Spaß mit euch zu spielen weil ihr überhaupt nichts halten könnt ja lauf doch warum läuft er nicht was mit dem los na ey ja wie soll man mit einer Cobra überhaupt noch A nehmen bisschen Sinn muss doch hier auch noch sein lol 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 hä boah was hä ich blick nichts mehr ich verstehe es nicht so wir haben C die Mitspieler sind kacke einfach wieder klar das war einfach das war einfach Retter hab mich selbst gerettet warum sind die nicht einfach bei A geblieben also einer geht zu A ein einziger mit mir wow du kannst A nicht das ist nicht möglich da braucht nur ein Spieler zu sein und er killt sie nicht ich bände den auch noch er killt den einfach nicht was ist mit euch los ihr seid behindert ohne Morp perfekt wow pfff oh nein 17,22 es war gut zu leider aber als der nicht war und B hatten dann bin ich auch wieder negativ gegangen ist ganz normal 3 ok geht es hier nur in der zweiten Runde oder ist es vorbei ok ist es vorbei ja wenn euch diese Runde jetzt gefallen hat bzw. die gesamte Runde jetzt nicht nur mein Skill der nur mittig da war dann lasst einen Daumen hoch da ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal nicht mehr Herrschaft spielen ok vielleicht nächstes Mal wieder ich werde das Ziel der Team Live mit spielen erstmal ja wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen hoch da bis dann schau ja dann schau